Musik In der Landesberufsschule für Tourismus in Bad Gleichenberg ist es wieder einmal rund gegangen, waren doch die Gastrostars von morgen gesucht. Bei den Lehrlingsmeisterschaften Styrian Skills waren 41 junge Gastronomen voll in ihrem Element. Drei Kategorien wurden bewertet, Hotelgewerbeassistent HGA, das Service und der Bereich Küche. Die Organisatoren des Bewerbes sind Direktor Josef Schellnecker und Fachgruppenobmann Klaus Friedl. Bewertet wurden die Lehrlinge von einer hochkarätigen Jury als Star-Gastronomen und Top-Fachleuten. Musik Nach einer intensiven Beratung und Auswertung standen sie dann fest. Die Sieger 2018 Ich möchte auf jeden Fall ins Ausland, geht es nach der Lehre, also ich möchte die Welt sehen, egal ob es schief ist. Ja, ich glaube, man muss wirklich sehr ehrgeizig sein und du musst auch die Leute haben, die das sagen. Das Kaufen, das ist für mich Leidenschaft, das ist einfach der schönste Beruf der Welt. Musik 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 Vielen Dank.